herzlichen willkommen bei whisky.de dem treffpunkt feiner geister und heute haben wir einen 13 jährigen kräger lache hier auf meinem fass und kennen wir 13 jahre kräger lache ja ist eine standard abfüllung aber hier haben wir es nun mit einer etwas anderen ausfertigung mit einer anderen fass reifung zu tun als der normale 13 jährige hat hier haben wir es mit recharred bourbon cast zu tun also so was wie man rejuvenated nennt wo man also praktisch die refill fässer oder mehrfach refill fässer ausgekratzt hat mit stahlbürsten gibt es automatischen prozess für dann hat man getoastet ist also thermisch wieder angelassen dass diese red layer weiter in die fast dauben reingeht und dann hat man noch mal ausgebrannt charred dass also da eine holzkohleschicht auf der innenseite entsteht und wir damit eine stärkere filter wirkung wieder bekommen das ist aber noch nicht alles nachreifung hier in armagnac fässern armagnac hat man schon mal gehört was ist das genau das ist ein weinbrand vergleichbar zum cognac ja da werden viele leute jetzt aus anderer meinung sein aber im weitesten sinne ist es ein weinbrand aus französischen weinen und zwar in diesem fall aus südwestfrankreich praktisch südlich von bordeaux bis zu den pyreneen ich glaube das alte königreich von armagnac oder so ähnlich heute ist es die gasconi und jetzt also richtig viel wein und da wird auch ordentlich brandy hergestellt und diese fässer die dort verwendet werden wurden nun für die nachreifung dieses whiskeys benutzt was erwartet man dabei nun dass dieser spirit dieser brandy eine ganze menge von aromen aus diesen fässern aus diesen armagnac fässern schon rausgesogen hat durch die hohe löslichkeit des fast stärker alkohols und dass man da vielleicht weniger von bekommt mag sein dafür aber ex bourbon fässer frisch ausgebrannt sollte eine ordentliche aromenfracht geben also wird interessant was jetzt an dieser stelle da herauskommt ja schauen wir genau das wissen wir erst wenn wir probieren versuch macht klug sehr fruchtig gerade stellen ananas direkte unmittelbarer eindruck ist ananas und dahinter irgendwo was mit der feuer ist es nicht aber was aromatisches erinnert mich daran von herr gelache gibt es ja den normalen 13 jährigen als standard abfüllung den 17 jährigen und es gab lange zeit einen 23 jährigen und ich hatte mal eine kleine probe eines 31 jährigen hat fantastisch schmeckt hat es aber nie in die regale geschafft hat man also aufgegeben den 31 jährigen und das sind alter 13 17 23 sind primzahlen also eine ungerade brennerei höchsten maße ungerade ja man will sich hier von anderen abheben und tut es dann auch damit für manche ist 13 eine pechzahl für andere ist eine glückzahl ja nur der das aroma ist für einen frischen zwölfjährigen whisky richtig typisch aber er zeigt mehr tiefe und das aroma ist schon so stark dass die 46 volumen prozente dieses nicht kühl gefilterten nicht gefärbten whisky den es bei whisky.de im shop system für 49 90 im moment gibt dass das hier also der alkohol nicht zu riechen ist er wird also von den aromen überdeckt und das heißt die aromen sind sehr stark und der alkohol fällt obwohl 36 volumen prozente sind hier aromatisch relativ schwach aus spricht für einen gut destillierten alkohol kriegel achi hat als eine der wenigen brennereien noch brennblasen mit warm tubs wo es also aus den brennblasen in eine schlange geht die in einem ja meist hölzernen bottig außenwärts läuft und da drinnen die dämpfe wieder kondensieren damit weniger kontakt zu kupfer hat als in diesen großen industriellen kühlern wie man sie heute hat und damit der whisky ursprünglicher wird manche sagen ja der hat eine schwefel note oder so kann ich hier an dem stelle ist nicht feststellen wobei ich aber einschränkende weise dazu sagen muss ich bin mit viel schwefel in der luft im ruhrgebiet aufgewachsen ist für mich nicht unangenehm ist für mich ein ganz normaler geruch der hier dann untergehen würde wenn er nun tatsächlich hier drin wäre kommt mir aber nicht so vor wir haben aber diese leichte aromatische note die vielleicht von diesen entweder den rejuvenated also recharged ex bourbon fässern herstammt oder aber vielleicht von ja limousin eichen fässern die in frankreich für viele viele jahre verwendet wurden oder heute noch zum guten teil sind was diese dortigen fässer vergleichsweise teuer macht ja probieren wir mal im aroma weitaus kräftiger als im geschmack weitaus kräftiger als im aroma speichelfluss setzt ein war beim ersten probieren gerade im englischen tag nicht so jetzt setzte speichelfluss schon ein bisschen deutlicher ein man hat bratapfel man hat zimt man hat karamell man hat so ja ich sag mal hier wohl weihnachten schon lang vorbei ist hat mir weihnachtliche eindrücke mit diesem whisky also sehr sehr angenehm und im abgang hat man eine ganz leichte ja kaffeenote ist es nicht vielleicht cappuccino note wo im prinzip die die milch des cappuccino die sache etwas weiter ab mildert und diese bitternoten des cafés sehr schön eingebunden sind und hier eine minimale bitternote im abgang da ist die wahrscheinlich von diesen entweder rejuvenated fässern oder aber den amagnac fässern aus französischer limousin eiche her stammen könnte ich weiß es nicht gut könnte voll voluminös gut gelungen preis vollkommen okay aus der zweiten reihe hier einen tollen whisky auf dem markt platziert der sich den vergleich mit anderen nicht zu scheuen hat allerdings glaube ich dass diese amagnac finnisch serie begrenzt ist müssen sie sich also ran halten wenn sie davon was haben wollen so das soll es gewesen sein herzlichen dank fürs zuschauen